ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Oh sorry, ich habe ihn leider leicht verfehlt Der kommt schön, aber ich habe gar keinen Showbo Aber unser Team-Mate ist auch gar nicht so schlecht Kommt Nein, der ist so weit von der Wand weg Boah ey, der Ball war bei mir hinten am Zorn Ende drinnen, bevor er explodiert ist Das habe ich aber auch mal nicht gemacht Der hat ja fast keine Punkte Der geht beide mega ab Okay, ich schreibe Ich habe ihn und er fährt trotzdem Schade, wenn der durchgekommen wäre Oh nice Oh Ich wurde weggekriegt zum Zett Ja, ich hatte sogar noch den Schuss bekommen Obwohl ich scheinbar während des Beikontaktes weggehauen Jetzt gerade spielt er aber auch nicht so toll Und der nachgekriegt Oh nice Nein Ich habe hier mein Bestes gegeben Der war nice Ich habe extra gebremst Und mich da ganz langsam runter flippen lassen Aber da konnte ich nichts mehr machen Mir hat der auch gefallen Oh fetter Schön Hast du? Ja, habe ich Oh nice Oh nice Na ja gut, er hat ihn auch übers Tor rüber gespielt Aber trotzdem Na sorry, verkackt Und? Yes Haha, sorry Aus Ja Ey, da konnte ich aber nichts für Ich war so in der Luft Ich war so in der Luft Ja, du bist gegen mich geknallt Haha, nice Ich habe ihn Ich habe ihn Oh man Ich glaube, ich habe ihn aber erst mit dem Zorn berührt Ja, wie er schon fast explodiert ist, hast du ihn berührt Ja Ups Oh shit Oh shit So come on Er muss rein Yes Warum? Er hat ihn mir gestohlen Er hat dich echt gestohlen Oh shit Ich habe einfach noch null Tore und bin aber trotzdem besser wie er Ja Nimm den Oh verdammt, er war zu weit von der Wand weg Da für dich Da für dich Hahaha Schöner Pass Ja, fand ich auch Ich habe mir gedacht, damit du nicht ganz so sehr weinst Danke Jetzt habe ich schon 350 Punkte mit null Toren Ah fuck So jetzt muss er aber treffen Ja, gut Ach dieses Mal entschuldigt er sich sogar Ey, hör auf ich weg zu raffen Wichse Das ist gerade ein einziges hin und her da Das ist gerade ein einziges hin und her da Das ist gerade ein einziges hin und her da Boah, und Lars kickt ihn aus, ne? Oh jetzt, Lars, na, er hat versucht zu verlängern Das wäre geil gewesen, wenn er das geschafft hätte, dann hätte ich ihn bekommen Oh Nein, ich bin zu langsam Oh, das wird weg Ja, er hat ihn rüber gelopft Und sie fail Was, der failte auch? Okay Damit habe ich nicht gerechnet Ich habe keinen Nitro Das hört jetzt scheiße an der Wand Ohne Nitro Yes, nein! Ich fahre länger nach links Ah, ich habe es leider nicht geschafft Ohne Nitro ist einfach mega bekackt Oh, der hat ihn So, jetzt erstmal eine Nitro-Wand machen So, im Torn wieder mit Nitro Da kann ich zumindest wieder was reißen So, der kommt schön Komm, das ist gelaufen Toll, der schießt natürlich genau auf mich und ich schieß genau auf ihn Dementsprechend fällt der Ball fast gerade runter Ja, schönes Ding Doppeltouch, nice Doch schön nach rechts hast du eh nicht bekommen Damit hast du ihn halt wirklich ausgespielt So, die erste Runde würde ich sagen geht dann damit auch ganz schön an uns mit fast 1000 Punkten auf deiner Seite Ohne Keine Rettung Du hast uns vor Torn bewahrt Jaaa Muss man auch mal machen Ah, die Deadlies Sind die gut? Keine Augen Oh, verdammt Also wir haben auf jeden Fall einen Experten als Teamkollege Haben wir auch Sag ich ja, Justus ist ein Experte Achso Ich dachte du hast die gesagt aber Ne ne, wir Was die haben ist mir egal Hauptsache wir machen die Dinger Schöne Vorlage hier von ihm Dann hat er sich extra weggedreht um dir nicht in den Schuss zu springen Aha Er fliegt Schade Schade Der ist auf jeden Fall nicht schlecht Ja der ist gut Ehhhh Ups, ich hab Habe ich leider nicht Du Verfehlt Ich hab vergessen zu sagen dass ich fahre Und ich hab ihn auch wieder schön reingebracht Was zur Hölle hast du da vor mir gemacht? Ich, ich wollte ihn eigentlich gerade absetzen, hoch zu springen Hast du selber vor mir stehen geblieben? Ja... Fährt er vor mich und bremsst ab Schön Ah, fast hätte ich ihn bekommen. Keine Chance, ich würde da so recht gerollt. Da habe ich mir gedacht, da stehe ich besser wie du. Ah nein, der ist über meine Vorderräte drüber gerollt. Oh, der kommt schöner wie beider. Der kommt echt schöner. So, und jetzt? Oh, nice. Das hätte ich jetzt auch versucht. Du? Ja, war klar, dass er den vor mir trifft. Aber unser Typ ist auch noch da. Und macht ihn, nein, macht ihn sogar fast. Die haben auch schon wieder einen Torwart, die Wichse. Ich glaube, ich bin jetzt verfehlt. Ah, die kriege ich nicht. Aber ich... Ich habe nur darauf gewartet, dass du abdrehst. Okay, das sah. Der hat mich auch mega abgedrängt. Okay, der könnte werden. Was, er fällt. Ach, ich habe es probiert. Aber ich konnte auch so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt wieder im Tor. Do it. Nice. Aber... Bleib dran. Oh, den kriege ich nicht. Jetzt. Ja, nein. Der fällt stieg in der andere Richtung ab. Ich habe schon wieder keines. Aber ich bin im Tor. Ich bin in einer 3er-Reihe. Was? Was geht der denn über mich rüber? Nice. Sorry. Vor allem ist er genau beim Drehen der Bus ausgegangen. Das war auch sehr schön. Warum fällt der andauernd um? Oh, mein Gott. Boah, ey. Jetzt. Nice. Na, Justus. Ah, der war zu weit oben, als dass ich ihn kommen würde. Oh, Justus. Bitte verkack's jetzt nicht. Ich habe nur 4 Boost. Oh, shit. Yes. Ah, mein 4 Boost. Und ich wurde weggekickt. Nice. Ich war dran. Hab aber nichts mehr. Ist egal, du hast gecleared. Oh, oh, Schuss. Drüber. Daneben, Justus, gecleared. Wir haben nur 30 Sekunden für ein Tor. An sich haben wir noch unendlich lang für ein Tor, solange wir keins kassieren. Yes. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Richtig schöner Pass. Aber der Schuss war auch nicht. Ich habe nur gehofft, dass da irgendjemand steht. 5 Sekunden. Jetzt bloß dicht mache. Ich bleib hinten. Ja, ich kicke den Ball wieder weg. Oder auch nicht. Jetzt kicke ich ihn weg. Boah. Den hätte ich jetzt auch noch reingemacht, wenn der... Ich habe beruhig geladen, wäre plus 11. Ich habe plus 9. Ich stand doch nur im Tor rum, wie du siehst, aber halt wer hat... Nichts erreicht, aber das Tor stand nicht gut. Naja, ich würde sagen, das war es dann mit der Folge wieder. Wir haben zwei Siege gerissen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.